Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir Ihnen hier im GOB-Studio zum ersten Mal die dritte Weltkaffee-Kooperation von GOB und Max Havelar vorstellen. Sie erinnern sich, es ist der Kaffee, der direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika zu einem Preis eingekauft wird, der vom Weltmarkt unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht. Ganz ähnlich funktioniert das bei Max Havelar Honig, der jetzt ebenfalls bei GOB erhältlich ist. Der Honigexport ist für Kleinbauern und Imker in Mittelamerika eine notwendige Einnahmequelle und für uns trotz der gerechten Entlehnung einen erschwinglichen Genuss von hochwertigem Bienenhonig. Bis jetzt ist viel von Neuheiten eine Stärke von GOB-Dreh gewesen. Eine weitere Stärke von GOB ist das Angebot an bekannten Markenartikeln. Weil sicher ist sicher. Tempo, wenn nur alles so sicher wäre. Jetzt bei COOP. Es gibt Leute, die sind so wild auf ihre Kellogg's Kornpops, dass sie sogar von den schlimmsten Tricks nicht zurückschrecken. Hallo zusammen. Äh, äh, Kellogg's Kornpops gibt's da nicht. Oh nein, ich muss Briggi Nacken ziehen, frische Milch. Und er hat die letzte Packung. Ich halte es nicht aus, ich will meine Kornpops. Hey, Mädchen sagen, du schaffst nicht einmal 50 Ligenstützen. Habe mal. Kellogg's Kornpops gehören zum Komplettens Morgen dazu. Eins, zwei, drei. Colgate, das ist ein Zahnpastat, der alles daran setzt, dass ihr ein Lachen ein Leben lang hält. Jetzt gibt's Colgate Fluor und Calcium-Zahnpasta auch in einer neuen grossen 150 ml Familienpackung. Und weil es doppelt so viel drin hat, heben die Tauben auch doppelt so lange hin und braucht erst noch weniger Verpackungsmaterial. Diese Woche offerieren wir sie Ihnen zum Aktionspreis von nur 4.90 Franken. In unserer Rubrik Test geht's heute ums Bio-5-Kornbrot. Wir haben das Brot wieder 100 Mitglieder der GOB-Konsumentenschüri geschickt und haben das mal ein Konsument, stellvertretend für alle anderen Betten, dazu Stellung zu nehmen. Herr Zürcher, was halten Sie vom neuen Naturaplan-Brot? Insgesamt hat es mir sehr gut gedunkt. Nach meinem Begriff vielleicht etwas zu hell bachen. Aber sonst, ich glaube immer frisch, auch vom Gewicht her ist es optimal. Toll, dass man nochmal an einen Personenhaushalt gedacht hat. Besten Dank, Herr Zürcher. Ihre Hinweise, das Brot sei zu hell bachen, werden wir sofort zur Prüfung an GOB-Bäckerei von Ihrer Region weiterleiten. Unsere Rubrik Test, kritische Stimmen aus der GOB-Konsumentenschüri, die sehen Sie dann wieder in 14 Tagen. Und bei uns geht es weiter mit den Aktionsangeboten. Bei GOB kostet 3 Wernchen Schokoptiböch nur 6,75 und 3 Päckchen Goldstar Fischsticks aus Dorschfilet nur 9,80. Verschiedene Reisssorten sind jetzt 40 Rappen günstiger. Der USA-Vitaminreiss zum Beispiel gibt es für nur 1,40. Das Kilo Schweizer Boulet kommen Sie über für nur 5,90 und 36er Pack Tempo für nur 4,80. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein 14-teiliges Café-Service für ganze 29 Franken. Und hier noch der GOB-Preisabschlag. 1 Liter Apfelsaft hell oder naturtrüb gibt es von jetzt an für nur 1,40. Im GOB-Restaurant kommen Sie diese Woche ein Wiener Kalbsrangoulage mit Nudeln über für nur 9,90. Sie sehen, ein Besuch bei GOB lohnt sich aus verschiedensten Gründen. Und warum nicht einmal vor oder nach dem Einkaufen, geht das Mittagessen im GOB-Restaurant. Bis dann, auf Wiedersehen.